Georg X. Silvius Kurt Julius Erich Magnus Freiherr von und zu Massenbach war ein deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier. Leben Georg von Massenbach wurde geboren als Sohn des preußischen Oberst- und Schriftstählers Christian von Massenbach und der Amalie Geb. Henriette de Guazieri In den Jahren 1807 und 1808 war er in Berlin Spielkamerad des späteren Königs und Kaisers Wilhelm I. Nach dem Abitur 1818 studierte er Rechtswissenschaften und Kameralwissenschaft an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. In den Jahren 1818 und 1819 diente er als einjährig Freiwilliger. 1819 wurde er Mitglied des Gorbs Marchia Berlin. 1820 gab er das Studium auf, um seine Mutter bei der Bewirtschaftung der Rittergüter Bialokosch und Pinne in der Provinz Posen zu unterstützen. 1826 wurde er Mitheld des Familienstammsitzes Massenbach im Landkreis Heilbronn. 1835 wurde er Besitzer der Güter in Posen. 1871 übergab er den Posener Besitz an seine Söhne und lebte seitdem bis zu seinem Tod in Massenbach. Er war verheiratet mit Sophie Geb von Gemmingen. Neben der Gutsverwaltung war Massenbach Offizier im 20. Landwehrregiment, zunächst ab 1820 Sekondärleutnant. Ab 1839 Premierleutnant und ab 1847 Hauptmann wurde er als Major verabschiedet. Massenbach war Mitglied des Kreistags des Landkreises Samter. 1834 wurde er Mitglied des Provinziallandtags der Provinz Posen. 1841 wurde er stellvertretender Landmarschall. 1850 gehörte er dem Volkshaus des Erfurter Unionsparlaments an. Von 1867 bis 1870 saß er für den Wahlkreis Posen III im preußischen Abgeordnetenhaus. Er gehörte der Fraktion der der Konservativen Partei an. Auszeichnungen Das war's eine кв litt weib def 800. Richtig ist, dass es le Babysруп